Hi, ich bin Art von Art's Garten. Ich befinde mich hier auf Gran Canaria und heute fahren wir mal mit einem U-Boot. Ich bin schon sehr aufgeregt, was wir so sehen werden. Hier hinter mir befindet sich der Hafen. Da vorne, wo das U-Boot startet. Man sieht das gerade auch wieder rausfahren. Ich glaube mit der GoPro aber nicht. Dann gehen wir jetzt mal los zum Hafen und zur U-Boot-Fahrt. Und ich schneide das dann so ein bisschen Musik zusammen, wenn ich gute Aufnahmen bekomme. Musik 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 Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.